Sie versuchen, die Glasscheibe zu verstecken, gegen die Sie, Herr Professor Knurz, haben anleihen lassen. Welche Glasscheibe? Na, diese. Ich komme jetzt schon auf Ihre Schliche. Sind Sie auf Ihre Plätze? Fui, Pepe, du bist schlecht rasiert. Wenn du was kippst, doch gar nicht, aber oh, 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 und wenn die Lehrer da wären, dann können die sofort an uns schreiben, aber das tun die nicht, weil diese Schule eine scheiß Schule ist, also sowas. Was wäre das Leben ohne die Schule? Diese einmal die Anstalt, einmal die Anstalt, einmal die Einstalt, menschliche Erziehung. Dann bedenken Sie, wir lernen nicht für die Schule, sondern für das. Diese Dokumente stammen von einem Mann namens Gott. Geboren am 1. April 1907 in Meersburg. Von meinem Zwillingsbruder? Offenbar. Ihr Herr Bruder ist kürzlich verstorben. Gott sei Dank. Ich sehe, dass Sie ein Spaßvogel sind. Sie warst...